Es ist dem Feind gelungen, die Front in Breiterformation zu durchbrechen. Im Süden hat der Gegner Zossen genommen und stößt auf Starnsdorf vor. Der Feind operiert jetzt am nördlichen Stadtrand zwischen Frohnau und Pankow und im Osten ist der Feind bis zur Linie Lichtenberg-Marsdorf-Karlshorst gelangt. Mit dem Angriff Steiners wird das alles in Ordnung kommen. Mein Führer, Steiner... Steiner konnte nicht genügend Kräfte für einen Angriff massieren. Der Angriff Steiner ist nicht erfolgt. Mit dem Angriff Steiners wird das alles in Ordnung kommen. Lübeck, als die Lübeck. Den ist nicht mehr Kapitulation. Die Reise wird treu. Ein wahrer Künstler! Ein, die andere! Ja, ja, ja! Ja, ist der Lef wahnsinnig geworden. Begde. Was soll das heißen? Er ist Himmlers Adjutant. Er muss zur Verfügung stehen. Ich will zur Fazit berichten. Bitte. Er lassen. Er wählen sich bereits als Sieger, aber sie werden sehen, Greime. Es wird ein böses Erwachen geben. Der Fremdrasse ging immer mit brutaler Härte eiskalt niedergestanden. Anders kann man das nicht machen. Das ist der schlimmste Verrat! Späher, ja! Ein wenig fremmer, unbereitbarer Künstler! Ja, ist das denn wahnsinnig geworden. Sie, Ungarn, müssen so weit als möglich aufmachen. Ja, vielleicht schon dort! Das war ein Befehl! Der andere Stein, das war ein Befehl! Wer sind Sie? Das hier ist Wagen, sich mein Befehl zu widersetzen. So weit ist das einfach gekommen. Der Militär hat mich belogen. Jeder hat mich belogen, sogar die OSS. Die gesamte Generalität ist nicht zweit als ein Haufen niederzurechtiger, treuloser Feiglinge. Mein Führer, ich kann nicht zulassen, dass die Soldaten, die für Sie verblieben... Die Stadt Feiglinge, Verreiter, Versager! Mein Führer, was Sie da sagen, ist ungeheuerlich. Die Generalität ist doch geschmolst des deutschen Volkes! Sie sind ohne Ehre! Sie nennen sich Generale, weil Sie Jahre auf Militärakademie zugebracht haben, nur um zu lernen, wie man Messer und Gabel hält! Jahrelang hat das Militär mal eine Aktionen nur behindert. Es hat mir jeden nur als ein bisschen... Widerstand in den Weg gelegt. Es hat er gut daran getan, um jahre alle Höroffiziere liquidieren zu lassen, wie Stalin! Ich war nie auf einer Akademie. Und doch habe ich allein, allein auf mich gestellt, ganz Europa erobert. Verreiter! Von allem Anfang an bin ich nur verraten und betrogen worden! Es wurde ein ungeheuerer Verrat geübt am deutschen Volke! Aber alle diese Verräter werden bezahlen! Mit ihrem eigenen Blut wird sie bezahlen! Sie werden das Zaufen in ihrem eigenen Blut! Sie werden das Zaufen in ihrem eigenen Blut! Bitte, gerne! Jetzt beruhig dich doch! Nur die Befehle sind in den Wind gesprochen! Es ist unmöglich, unter diesen Umständen zu führen! Es ist aus! Der Krieg ist verloren! Aber wenn Sie, meine Herren, glauben, dass ich deswegen bei Ihnen verlasse, erinnern Sie sich gewaltig! Eher jagge ich mir eine Kugel durch den Kopf! Tun Sie, was Sie wollen! Bun! Also, nicht jeder. Und wir buchen eine Kugelgauj